Du hast Bock mit Smart Home zu beginnen, hast dich schon für Home Assistant entschieden und fragst dich jetzt, wo kann ich das am besten installieren? Vielleicht hast du ja noch einen alten Rechner rumstehen und möchtest das gerne darauf installieren oder dir bereits einen Raspberry Pi zugelegt. Vielleicht hast du aber auch Bock, dir einen neuen Rechner zuzulegen und fragst dich, welcher der beste ist. Außerdem gibt es mehrere Möglichkeiten Home Assistant zu installieren. Welche ist jetzt also die richtige? All das und vieles mehr zeige ich dir in diesem Video, wie du also Home Assistant von Anfang an aufsetzen kannst in 2024. Nach dem Intro geht's los. Viel Spaß! Beginnen wir also mit der richtigen Rechnerauswahl. Vielleicht hast du ja irgendwo einen alten Rechner rumstehen und fragst dich, ob es nicht cool wäre, darauf Home Assistant zu installieren. Vielleicht hast du auch noch irgendwo einen alten NAS rumliegen oder benutzt gerade einen NAS und fragst dich, ob es sinnvoll ist, darauf Home Assistant zu installieren. Vielleicht aber auch einen Raspberry Pi oder du überlegst dir einen komplett neuen Rechner zu holen. Zunächst mal das große Thema, was ich eigentlich am allermeisten höre, wenn es um das Thema Home Server geht und das ist Performance. Und da würde ich sagen, ist für die meisten das Thema erstmal tatsächlich vernachlässigbar. Es gibt natürlich Anwendungen, die Performance verbrauchen und für die du auch einen entsprechenden Server brauchst. Allerdings für all diejenigen, die gerade damit anfangen und vielleicht ein paar Böden steuern wollen oder sogar einen Plex Server laufen lassen wollen, ist das Ganze noch gar nicht so relevant. Möchtest du das Ganze jetzt skalieren und vielleicht, keine Ahnung, 50 Streams gleichzeitig bei Plex laufen lassen, dann ist es wieder eine andere Frage. Aber wenn man jetzt aus der Windows-Welt kommt und dementsprechend einen alten Rechner rumliegen hat, der dafür eigentlich nicht mehr gebrauchbar ist, weil er eben zu wenig Leistung hat, dann sollte der für Home Assistant auf jeden Fall ausreichend sein. Da Linux an sich schon mal super wenig Performance braucht und auch Home Assistant und die meisten Add-ons sind eher im unteren Leistungsbereich angesiedelt. Dementsprechend reicht sogar so ein alter Raspberry Pi, also alt in Anführungsstrichen. Mit einem 3er kann man anfangen. Alles darüber, also ein 4er oder sogar ein 5er Pi sind auf jeden Fall ausreichend zum Start. Allerdings solltest du, und das ist Punkt 2, das Thema Stromverbrauch nicht vergessen. Denn so ein Rechner sollte ja im Optimalfall 24-7 bei dir zu Hause laufen, um deine ganze Hausautomation den ganzen Tag lang am Laufen zu haben. Dementsprechend können sich die Stromkosten auf jeden Fall sehen lassen, wenn man da einen alten Rechner für verwendet. Dementsprechend würde ich persönlich alte Rechner dafür eher nicht verwenden. Vielleicht kann man da noch andere Sachen mitmachen, vielleicht irgendwie einen Testserver oder so, den man dann nur zwischendurch mal hochfährt. Das ist in Ordnung. Wenn man aber einen Server 24-7 laufen lässt, dann lohnen sich eher kleinere Rechner, die eben sehr stromsparend sind. Zum einen eben so ein Raspberry Pi, der hat dadurch, dass er einen USB-Anschluss hat, ja eh nur die Möglichkeit 5 Volt zu ziehen und entsprechend 1, 2, vielleicht 3 Ampere. Und ja, das ist völlig ansprechend. Ich blende euch mal hier die Stromkosten ein, die ihr da so erwarten könnt. Und alternativ, wer jetzt keine Lust hat auf einen Raspberry Pi, weil die Preise mittlerweile auch relativ hoch sind, kann auch mal auf Ebay schauen. Es gibt mittlerweile einige Thin-Clients, ich verlinke euch die mal unten in der Beschreibung. Ich habe mittlerweile auch meinen Smart Home auf einem Thin-Client installiert. Das sind alte Rechner, die aus zum Beispiel Arztpraxen aussortiert werden und die damals nur dafür verwendet wurden, quasi sich mit einem großen Server zu verbinden. Das heißt quasi mehrere kleine Rechner in der Arztpraxen haben sich zu einem großen Server verbunden. Dementsprechend hatten die nicht viel Performance, werden jetzt mittlerweile aber trotzdem ausgetauscht und sind super günstig auf Ebay quasi gebraucht zu haben. Das lohnt sich auf jeden Fall und ist, wenn man das jetzt mit einem Raspberry Pi vergleicht, vom Preis her teilweise sogar günstiger und von der Performance her ähnlich bis ein kleines Stück besser. Und hat sogar den Vorteil, dass ihr eine ganz normale Windows, also X64, sogenannte X64 Prozessorarchitektur da drauf habt. Im Vergleich, die Raspberry Pis verwenden eine ARM-Architektur, die bekannt sind eher aus Handyprozessoren zum Beispiel. Und dementsprechend kompatibilitätstechnisch nicht ganz so weit oben liegen wie X64. Mittlerweile funktionieren eigentlich fast alle Anwendungen auch unter ARM, aber Windows zum Beispiel eben nicht. Dementsprechend, wenn ihr auf die maximale Kompatibilität gehen möchtet und eben ein bisschen mehr Performance haben wollt, lohnt sich vielleicht ein Blick auf Ebay. Als nächstes müssen wir uns mit der Wahl des Home Assistant beschäftigen, denn da gibt es mehrere verschiedene Installationsmöglichkeiten. Zum einen den ganz normalen Home Assistant Container. Das ist im Prinzip einfach nur Home Assistant, so wie es ist. Und das kann man eigentlich auf jedem Betriebssystem installieren. Sei es ein NAS, den man verwendet, sei es ein alter Rechner, sei es ein bestehender Linux Server, den ihr habt, vielleicht mit einem Docker-Container oder ein Raspberry Pi. Also da ist wirklich alles offen. Nachteil dieser Installationsmethode ist auf jeden Fall, dass euch der sogenannte Add-on-Store fehlt. Also für all diejenigen, die gerade mit dem Thema anfangen, könnte das ein bisschen überfordernd sein. Ihr habt also quasi nur eine eingeschränkte Möglichkeit von Add-ons, die ihr verwenden könnt. Und es steht nicht das komplette Home Assistant quasi so zur Verfügung. Diese Option würde ich nur wählen, wenn ihr wirklich keine andere Möglichkeit habt. Also wenn ihr irgendwo ein NAS stehen habt und damit mal das Ganze ausprobieren wollt, dann kann man das machen. Und ansonsten würde ich davon eher abraten. Die zweite Möglichkeit ist das sogenannte Home Assistant Supervised. Diese Möglichkeit ist für all diejenigen, die das Betriebssystem gerne selber installieren möchten und die ein bisschen mehr bereit sind zu basteln. Ihr müsst also quasi euer Betriebssystem selber installieren, Docker installieren und könnt darauf dann Home Assistant Supervised installieren. Mit der Option habe ich in der Vergangenheit eigentlich am meisten rumexperimentiert. Allerdings bietet es auch den Nachteil, dass Home Assistant da relativ, wie soll ich sagen, zickig ist, was andere Anwendungen angeht, die ihr auf diesem Rechner laufen lasst. Also eigentlich lässt er sich dann nur noch für Home Assistant nutzen. Und dementsprechend würde ich mittlerweile auch von dieser Option abraten. Einfach aus dem Grund, dass ihr entweder Home Assistant als Container Version verwenden könnt, wenn ihr eben sagt, ihr möchtet noch andere Sachen drauf laufen lassen und das Ganze eben selber einrichten wollt und so weiter. Dann kann man das eben dann auch selber einrichten. Oder eben, ihr verwendet, wenn ihr ganz neu seid, die dritte Methode, um das Ganze aufzusetzen, denn das ist einfach deutlich einfacher und ihr habt da hinterher eben im Prinzip genau dieselbe Installation wie bei Home Assistant Supervised. Und damit wären wir auch schon bei der dritten Version. Die würde ich euch auf jeden Fall empfehlen und das ist das sogenannte Home Assistant OS. Das ist quasi ein komplett fertiges Betriebssystem und das würde ich euch auch für den Anfang auf jeden Fall empfehlen. Da könnt ihr jede Menge Sachen zusätzlich installieren und müsst euch quasi um Updates, Konfiguration und so weiter erstmal überhaupt nicht kümmern. Womit wir dann auch bei der Installation wären, die je nachdem für welchen Server ihr euch entschieden habt, ziemlich unterschiedlich ausfallen kann. Habt ihr einen NAS, dann müsst ihr einfach nur in den jeweiligen App Store gehen und euch dort dann den Container von Home Assistant installieren. Habt ihr allerdings einen Raspberry Pi, dann nutzt ihr wahrscheinlich die MicroSD-Karte, die hinten in den Raspberry Pi eingesteckt werden kann. Alternativ, wenn ihr zum Beispiel eine Thin Client verwendet, kann man meistens dort eine sogenannte M.2 einstecken. Oder wenn ihr euch doch für einen ganz normalen Rechner entscheidet, dann eventuell auch eine SSD. In jedem Fall gibt es auch hier zwei verschiedene Möglichkeiten, das Ganze zu installieren. Wenn man das Ganze jetzt mit einer Windows-Installation vergleicht, hättet ihr dort quasi einen komplett fertig gebauten Rechner, packt dort dann die Festplatten, SSDs und alles mögliche schon fertig rein und habt am Ende einen USB-Stick, den ihr in den Rechner einsteckt und von dem ihr dann erstmal das Betriebssystem startet und von da aus wird das Betriebssystem dann nämlich auf eure Festplatten gespielt. Das Ganze ist quasi eine Art Installer, den man ausführt, nachdem man quasi einen bootbaren USB-Stick erstellt hat. So funktioniert das Ganze bei Home Assistant mit dem OS nicht, sondern ihr müsst quasi direkt eine fertige Festplatte erstellen und von der könnt ihr dann am Ende euer Home Assistant booten. Das ist quasi dann schon die fertige Installation, also nicht einen Installer auf einen USB-Stick packen, sondern direkt das fertige Home Assistant. Man kann auch noch einen Umweg gehen und erstmal Linux über einen USB-Stick booten und von da aus dann eine Festplatte erstellen. Einfacher ist es jedoch, wenn ihr das Medium, was ihr hinterher nutzen wollt, um Home Assistant zu starten, direkt an euren PC anschließt. Im Falle des Raspberry Pis ist es also die MicroSD-Karte, die ihr an den Computer anschließt. Solltet ihr euch doch für einen Rechner entscheiden, dann die SSD und wenn ihr so einen Thin-Klein verwendet, dann eben die NVMe-PCI-SSD, wie auch immer. Also guckt am besten vorher, worauf ihr das Ganze installieren wollt und dann bestellt euch am besten direkt einen entsprechenden Adapter mit. Die sind meistens relativ günstig, gibt es auf Amazon. Also zum Beispiel einen NVMe-USB-Adapter oder auch einen SATA-USB-Adapter oder eben einen MicroSD-USB-Adapter. Der Einfachheit halber verwende ich jetzt hier den Raspberry Pi, hole mir jetzt also mal eine MicroSD- und einen MicroSD-Adapter, schließe das Ganze an den Computer an und dann installieren wir das Ganze mal gemeinsam. So, wie ihr sehen könnt, habe ich hier schon die Home Assistant-Seite aufgemacht und man kann, wenn man einen Raspberry Pi verwendet, jetzt zum Beispiel direkt den Raspberry Pi Imager verwenden. Der Einfachheit halber benutze ich jetzt aber Balena Etcher, weil das ist für alle Betriebssysteme quasi gleich. Zunächst müssen wir uns also den Download für Home Assistant OS besorgen. Hier in der Anleitung, die ich euch unten verlinkt habe, für den Raspberry Pi könnt ihr einfach auswählen, welchen Raspberry Pi ihr verwendet. In meinem Fall den Raspberry Pi 4, wo ich den Link hier kopieren und dann in das Programm Balena Etcher, auch wie gesagt in der Beschreibung verlinkt, reingehen. Das habe ich hier schon installiert. Nachdem ich die URL kopiert habe, gehe ich auf Flash vom URL, füge die URL hier einfach ein, drücke OK und nachdem er die hier verifiziert hat, kann ich einfach hier auf Select Target drücken, die SD-Karte auswählen, Select drücken und dann hier auf Flash. Jetzt muss ich hier noch einmal mein Passwort eingeben und dann wird zum einen das Image runtergeladen und parallel auf die SD-Karte geflasht. Während das Ganze installiert, zeige ich euch hier nochmal die Anleitung für einen ganz normalen Rechner. Also hier seht ihr Download the Image. Man würde hier auf Rechtsklick, Linkadresse kopieren klicken und ihr seht schon hier unten eingeblendet, das ist ein ähnlicher Link wie der, den ich eben auch kopiert habe. Den würde man dann einfach einfügen auf die SSD-Flashen und dann würde das von hier an genauso funktionieren wie eben für den Raspberry Pi. Und dann die SD-Karte rausziehen, einmal nehmen, in den Raspberry Pi hinten einstecken. Dann brauchen wir einmal USB-C Strom und natürlich auch Netzwerk, stecken das Ganze ein. Und im Optimalfall sollte der Raspberry Pi jetzt hier im Hintergrund starten und automatisch schon mal das ganze OS soweit einrichten. Was ihr jetzt machen müsst, um mit der Einrichtung von Home Assistant zu beginnen, ist entweder euch bei eurem Router einzuloggen und dort zu schauen, welche IP-Adresse jetzt das Gerät bekommen hat oder alternativ in die Browserzeile homeassistant.local.8123 einzugeben und wenn ihr Glück habt, dann funktioniert das direkt damit. Alternativ habe ich es jetzt einfach mit der IP-Adresse gemacht, weil ich hier schon mehrere Home Assistant Instanzen am Laufen habe. Und wie ihr sehen könnt, kommt man dann eben hier auf diese Oberfläche und er lädt jetzt hier parallel noch die ganzen Sachen runter, die man für Home Assistant benötigt. Das dauert jetzt einfach einen Moment und wenn das fertig ist, dann können wir Home Assistant auch direkt einrichten. So, das war's. Die Installation ist abgeschlossen. Jetzt können wir mit der Einrichtung beginnen. Dazu klicke ich hier auf meine Smart Home erstellen, kann dem Ganzen einen Namen geben, unser Konto anlegen, Adresse. Kann ich mittlerweile auch eingeben, Berlin, weiter. Dann kann ich hier Home Assistant unterstützen, das mache ich natürlich gerne. Und jetzt hat er hier schon einige Geräte bei mir erkannt, das ignoriere ich jetzt aber mal und klicke auf Fertig. So, und damit habe ich mein Home Assistant OS aufgesetzt. Kann jetzt hier also beginnen, Integration hinzuzufügen, Geräte hinzuzufügen und so weiter und so fort. Das schauen wir uns jetzt im nächsten Video an. Gehen einfach mal komplett durch die Oberfläche durch für Anfänger und gucken mal, wie man Geräte hinzufügt, wie man Dashboards bearbeitet und so weiter und so fort. Wenn ihr euch das anschauen wollt, dann schaut gerne nächste Woche wieder rein. Ansonsten, wenn ihr Fragen dazu habt, schreibt sie gerne in die Kommentare und wenn ihr nichts mehr verpasst wollt, klickt auf Abonnieren. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Bis dahin, haut rein und ciao.